ja servus youtube da gibt es eine kleine ankündigung und zwar der eine oder andere hat es wahrscheinlich schon mitbekommen ich mache einen adventskalender auf youtube dieses jahr das heißt vom 1.10 bis 24 gibt jeden tag ein youtube video so zumindest der plan wird viele verschiedene sachen geben hauptsächlich warzone challenges lustige momente wir schauen mal was wir alles so rausbekommen lasst einfach überraschen wie gesagt jeden tag ein video ich denke wir werden auch ein paar giveaways machen wann genau die kommen seht ihr dann bleibt wie gesagt auch im laufenden check jeden tag den channel ab dass ihr da nichts verpasst die basta wird das jetzt irgendwo vorschnippeln folgen video viel spaß mit dem video was jetzt folgt wie gesagt nicht vergessen jeden tag ein video im dezember vom 1.24 ich hoffe ihr habt bock ich hoffe ihr schaut rein supportet und dann würde ich sagen haben wir uns demnächst im video da hast du ein n a kit vor mir ich sehe schon wie er den falls hier im hell ich rieche n a ist na ohne witz man riecht die 37 meter rechts links von mir sind welche das war der daddy Werfen Betäubungsgranaten! Ah, ups. Ah, nicht mehr. Ist noch einer irgendwo, denke ich. Ist vor mir. Ah, nein. Äh, das Front door kaufen einfach. Äh, das war ja UAV mäßig. Der geht, Mann. Das sah so wie Aimbot aus gerade. Ich schwöre wie ich ihn, also wie ich ihn gefinished habe. Der hängt auf seinem Kopf drauf. Ey, da hast du noch Platten. Ja, ja. Wer ist denn der Luft, oder? Ne, ist er nicht. Zwei Stück da, ne? Unser Teammate wird auch die Scheiß dran gehalten. Ist geil. Oh. Das kommt weg, wurde ausgefallen. Gut gemacht. Yo, Mystic, you got plates? No, man. Alright. Oh. 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 What? Oh. Oh. Schildbrake? Was? Kannst du ihn aufhören? Er ist auf meinem Mark, Mistik Was ist der E-Roy-Player? Er rinnt unter uns Was ist der A-Mist? Ich bewacht die Leiter Get busy Er ist hier unten Ach komm, Digga Hä? Muss noch mal ein anderer gewesen sein, der mich genockt hat Unglaublich, wie der Typ mich vorhin geprefeiert hat Was ein Nerd, Digga Vor allem, ich bin nicht mal gesprintet Ich bin so gelaufen Ah Digga, ich hab auch gar Also ich hab mein Headset noch nie wirklich laut gehabt in Warzone Weil es sind meine Ohren echt zu schade für Ohne Witz Aber ohne Spaß, seitdem ich auf PC bin Hab vielleicht so auch wirklich der Placebo-Effekt Hab ich das Gefühl, ich hör mehr Gegner Ich bin so schnell, wie weit das Bounty wird Ich bin so schnell, wie weit das Bounty wird Wenn ihr außerhalb der Sicherheitszone seid Schwingt eure Erste Woller Mystik Ja? Ja? Let's go to the Bounty, Bro Ja? Du spielst mit Feuer-Shotgunn Ich hab den... Scheiß drauf Digga, er ist eher so in der Bubble Er ist verwirrt, aber ich glaub er ist gut ohne Witz Ich glaub, dass er ganz gut ist Nice Der war allein Der war allein On me hab ich ein Tool-Tier Glaub ich Nice Ich komme Oh mein Gott Das ist ein Plastik Nice, Bro Ich hab ein BS Auf Dings entgegen Wo? Auf Bank I got this guy I got this guy Und er ist sick Er hat eigentlich Dings Raketenwerfer auf dem Boden gefunden Cool, das Raketenwerfer immer One-Shotted Ey, ich dropp auf die rauf, oder? Ich wurde gesniped von denen Ich wurde einfach von Downton oder so gesniped I'm coming Ich droppe bei dir Mystic Just... Just peeks me Peeks me Nein Er hat euch einen Zack noch mal noch Jetzt sterbe ich einfach Das kann nicht wahr sein Just take my cash I had the big button Ah ok Also wirklich Bro Ich höre, diese Magnum Gotta be the worst gun in the game In the GULA Guck mal, ich versterbe Guck mal, ach so Hm, hm On Bank Neue Position Da waren noch welche von Downton Die haben auch gesniped Wie oft? Ich gete den Truck Ich gete den Truck, ok Ja, ja, mach das, mach das Wurde auf jeden Fall auch von links irgendwo angeschossen Bin da irgendwo Er ist direkt hinter mir Low Dog Nice Ich bin am Steuer Ich mach den Ablenker, ja Ja, 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 ja Und er ist direkt neben mir An der Bay Station Sind zwei, Digga Zwei noch Einer ist da bei dir drin, Wii Cutting Noch einer ist da Einer jobbt hier auch irgendwo Ich brauch seine Muni Er ist einfach hinter mir Oder so, obendrauf Oben Ja Wieso ass Zwei noch War Noch einer Ich hab keine Muni mehr, Bro Och, scheiße Rettung Ah Wir hatten hoffentlich genug Geld Ich dachte, es sind tatsächlich nur zwei Hau die Müssen hier schon sein, ja Direkt vor uns Also Ja Er ist da Noch einer sind Das sind mehrere Fullflash, Fullflash Präzisionsluftschlag auf mich Das ist nur noch einer Das ist nur noch einer Irgendwo Auf der anderen Seite Also rumcringe Ja 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 Er ist hinter mir Ja er ist in der Hütte Er ist in der Hütte In der Hütte Kann man da wall bangen? Ne Er hat jetzt ein bisschen Problem Wollen wir ihn executen? Ich hab zwei Stunts Ja, mach halt Er ist Shieldbreak, get him Get him, get him, get him Warte bis der rauskommt Wollts Marni? Wollts Marni töten? Na, wirst erstmal executed, Bro Guck mal wie geil das ist Und der easy upload Danke fürs Cutten Sebastian Danke fürs Cutten Sebastian Jetzt erstmal ins Wochenende Youtube ist safe Passt, nächste Woche sehen wir uns wieder Good Job Mystic Good Job Mystic You are the best French player I ever played with Same GGs Guys GGs Guys Follow me on Twitch Follow me on Twitch Follow me on Twitch It's, 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 it's kostenlos Kostenlos My Twitch name is Stray Was? What? What? Mystic mit stabilen 3 Kids Aber 2000 Damage It's honest work For me